Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es geht heute eigentlich gar nicht um mich, sondern es geht um das, was ihr hier gerade eben seht. Also, mein Bildschirm ist da. Und zwar um eine Online-Befragung. Jetzt fragt ihr euch, Online-Befragung, was soll denn der Scheiß, was macht denn Mr. Mörb da? Das hier ist eine wissenschaftliche Online-Befragung von einer jungen Wissenschaftlerin, die mich als YouTuber befragt hat über die Hintergründe und wie ich das alles so mache. Also, sie studiert Kommunikationswissenschaften und die Wissenschaft interessiert sich jetzt endlich generell für das Phänomen Let's Play und natürlich auch YouTube. Und sie wollte einfach wissen, was hat es mit dem Let's Play auf sich. Und das waren sehr, sehr interessante und sehr, sehr gute Fragen. Also nicht irgendwie so in die böse Richtung von wegen, oh, alles Amokläufer und was weiß ich was. Killer spielen. Nein, überhaupt nicht. Es war richtig, richtig toll, richtig, richtig angenehm. Und, ja, richtig gute Fragen hat sie gestellt. War einfach so, im Grunde kann man sagen Grundlagenforschung, was schon lange Zeit mal nötig ist. Es geht um das Phänomen, warum man Let's Plays macht. Und diese Umfrage hier, die betrifft euch. Genau dich, der jetzt hier gerade eben vor dem Bildschirm sitzt. Und ich bitte dich, diese Umfrage, ja, auszufüllen. Sie dauert nicht lange. Ihr seht, die Befragung dauert circa 5 bis 10 Minuten. Ihr sollt einfach nur, wenn es möglich ist, kurz mal ein paar Fragen beantworten über eure, ja, Zuschauerangewohnheiten. Also eure Sehgewohnheiten. Warum guckt ihr Let's Plays? Was interessiert euch? Ich selber habe es noch nicht gemacht. Ich wollte mir den Spaß noch nicht vorne wegnehmen, weil ich bin ja selber auch Konsument, so wie ihr. Ich gucke ja auch YouTube-Videos und werde auch das hier dann trotzdem noch machen, obwohl ich auch auf der anderen Seite der Münze alles habe schon sozusagen die Fragen miterleben dürfen. Es waren garantiert andere Fragen. Aber ich bitte euch im Sinne der Wissenschaft, und die meisten von euch wissen ja, ich bin auch Wissenschaftler. Also im Sinne der Wissenschaft füllt diesen Fragebogen von dieser netten, jungen Wissenschaftlerin aus, die damit ihre Bachelor-Arbeit machen will. Sie macht tatsächlich eine Bachelor-Arbeit über das Phänomen Let's Plays. Und ich persönlich finde, das ist es wert, dass man sie dabei unterstützt. In dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank dafür schon mal im Voraus, dass ihr das hier ausfüllt. Und ja, wir sehen uns bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss und Ade.